Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Und heute geht es gegen Bayern 04 Leverkusen. Hier steht 5. April, aber heute ist der 4. April. Außer der kurzen Anteil später ist natürlich schon der 5. April. Oder noch später oder... Weiß ich so, schon 2015. Ja, wie auch immer. Wir fangen jetzt mal an. Meine letzte Aufnahme liegt schon ein bisschen zurück. So ungefähr 4 Wochen. Ja, 4 Wochen ist nicht ganz, aber fast. Achso, ich muss ja hier so... Achja, Song! Der super sympathische Mensch. Ja doch. Ja, letzte Aufnahme liegt schon ein bisschen zurück. Das war am 12. März. Lutens ist immer noch verletzt. Oh, Fanafad oder Arslan. Das ist schwierig. Bleiben aber Fanafad, Nischewitsch, Ringkorn oder... Egal, einfach mal. Los spielen Weltklasse 5 Minuten und es regnet. Das ist doch wunderbar. Und ich glaube, ich habe die Kommentatoren wieder an, Leute. Das heißt, die darf ich gleich zu Anfang mal wieder ausmachen. Das ist... Herrlich! Frank Buschmann und Manni Bräugmann kommentieren hier nicht. Das übernehme ich heute mal. Ausnahmsweise. Achja, ich spiele noch Biopro. Und ähm, als Keeper ist mal ganz lustig so ab und zu mal. Allerdings ist nach 5 Spielen dann auch der Dampfhaus. Und dann muss man erstmal wieder einen Monat Pause machen, bis man da weitermacht. So, genau. Spiel fortsetzen, beziehungsweise beginnen. Und äh, ja, was gibst du sagen? HSV in echt? War ja nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte mit der Siegesserie. Aber jetzt haben wir hier schon mal die erste Chance. Ah! Aber Lasaga kommt... Oh! Nicht zum Kopfball. Und da gewinne ich mal. Verlieren wir da und gewinnen wir. Und machen einen Pass. Und Kick an der Ecke. Jawohl! So! OP-Ecke am Start. Flanke kommt. Kopfball kommt. Leider nicht. Schade. So, genau. Äh, Hamburg hat leider in den letzten Spielen ein bisschen wenig Punkte eingefahren. Stehen jetzt noch auf dem 16. und wenn ich mir so die Begegnungen der letzten Spiele angucke... Puh, knapp. Äh, sehe ich schwarz, was den Klassenerhalt angeht. Ich meine, da ist jetzt noch Leverkusen, Bayern ist noch dabei. Mehr weiß ich grad nicht. Mainz ist das letzte Spiel. Äh, mehr weiß ich jetzt grad aber wirklich nicht. Aber gegen Leverkusen, Leute, zwar zu Hause, aber zu Hause sind ja unter Mikro Slump gar noch ungeschlagen. Ah, Kaka. Oh, oh, hab ihn sehr gut. Ah! Schwierig. Das geht auf... Ultimate Team besser. Habe ich auch mit angefangen, so... Nach drei Jahren habe ich auch zum ersten Mal Ultimate Team gespielt. Verdammt. Ich muss sagen, jetzt ruhig doch mal so ein bisschen drin bin. Macht voll Fun, Alter. Muss ich echt mal sagen. Also... Naja, kommt nicht hinterher da... Die Flubbe. So, Thunderfart. Passdings. La Saga. Thunderfart. Niemand da. Spielen wir dazu bei Dell. Pfff. Ich dachte gerade. Auf einmal kommt er an und dann ist natürlich abseits. So, also wir, ich, wir und ich, also wir, ne, und ich auch. Ich gehöre nicht zu wir. Ähm. Also, ich hoffe mal... Und noch den anderen Spieler, wenn ich dir das erzähle. So. Wir hoffen mal, dass der SV vielleicht noch ein paar Sieger einfahren kann. Was er auch sollte, weil... Relegation wäre auch nicht so das große Los. Und wenn dann Pauli noch ein bisschen anzieht in der zweiten Liga. Und die dann auch noch auf den dritten kommen. Ähm. Dann gibt's Tote in Hamburg. Und das wäre ja auch nicht so von Vorteil. So. Komm schon. Give me that ball. And then let me score a goal. Oh no. So, Castro ist, äh, auf jeden Fall sehr schnell. Und zeichnet ja auch seine Schnelligkeit aus. Und klar, man bestimmt keine Ironie. Verdammt. Ball verloren. Oh, ich hasse das. Komm schon. Jawohl. Oh nein. Nein. Oh Gott. Gutes Ball. Was? Gutes Ball? Ich meine natürlich guter Ball. Und wieder Eckball. Von Castro. Auch bekannt als Casatro. Oh. 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 Doch. Auf jeden Fall eine Weltklasseleistung. Oh. Alter. So. Now next chance to score. So, jetzt. Genau. Weiter Ball. Dieckmeyer hat jetzt Platz zum Flanken. In der Mitte steht. Na so. Waddell. Jetzt wieder Dieckmeyer mit der Flanke. Auf la Soga. Oh nein. Latte, Latte. Und. Drin ist er. Drin ist das Ding. La Soga macht. Das 1 zu 0 für den HSV. So mache ich übrigens auch auf Ultimate Team ganz oft Tore. So Kopfball in die Latte. Und dann entweder. Nach Schuss oder nach Kopfball. Ist mir mal aufgefallen. Finde ich merkwürdig. Hier wenn man sich das mal anguckt. Da Latte. Und dann. Mach ich den ja meistens noch so mit dem Kopfball rein. Hier halt mit dem Schuss. Ah. Herrlich anzusehen. Einfach. Weltklasse halt. So. Zwei Flanken. Also. Und dann ein Tor. Zwei Torchancen war das. Nein. Die eine. Das eine war nicht eine Torchance. Aber. Ich würde sagen. Schuss aufs Tor. Und. Und so. Ne. Und. Zu Torverhältnis. Ist bei uns schon etwas besser. Als bei Leverkusen. Er rennt natürlich nicht weiter. Ich habe es genau gesehen. Gerade wo ich gepasst habe. Bleibt er natürlich stehen. Oh Gott. Oh. Guter Pass. Guter Pass. Aufs Schala Nuklu. Ich weiß erst Linksfuß. Deswegen mach ich mal den hier. Jetzt den. Zack. Fahre nach Fahrt. Schala Nuklu. Ich komme da nicht ran an den Ball. Schade. 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 Aber okay. Jawohl. So. Mein Ziel ist ja immer noch. Hier in unserer virtuellen Klasse. Karriere 6. Da zu werden. Jetzt mit der nächsten Flanke. Die Möglichkeit. Und Van der Vaat ist. Immer noch. Seit Beginn dieser. Fußball Karriere. Oder FIFA Karriere. Keinen Kopfball hält. Auch in echt nicht. Auch wenn er schon ein Kopfballtor gemacht hat. Nach etlichen. Was hatte er denn vor? Hat mich von hinten einfach umgegrätscht hier. Na nicht umgegrätscht. Aber. Kiesling. Und Halbzeit. 1 zu 0. Für den HSV. Schauen wir nochmal an. Hier. Torchance. Da wollte er sich gerade bücken. Der Adler. Um den Ball aufzuheben. Und in dem Moment schießt Ben da den voll an. Auch Glück. Aber. Da hat Juru das Kopfball oder nicht gewonnen. Und hier nochmal. Boah. Mit dem Flugkopfball. Gegen den Pfosten. Und dann. Kriegt er hier noch an den Fuß. Der Safik. Oder wie er heißt. Und. Dadurch geht der Ball dann durch. Die. Beine von Adlerns aus. Halbzeit. Ergebnisse. Immer was ganz spannendes. Hab ich auch. Einmal vergessen vorzulesen. Wo ich gesagt habe. Ich mache es. Und dann habe ich es im Nachhinein vergessen. Dass ich es machen wollte. Und tada. So. Borussia Dortmund führt 2 zu 0. Gegen Wolfsburg. Eintracht Frankfurt führt zu Hause 1 zu 0. Gegen den FSV Mainz 05. Bei Hertha und Hoffenheim steht es zurzeit 1 zu 1. Und Bremen liegt 0 zu 1. Hinten gegen Schalke. Hu. Uh. So. Weiter geht's. Anstoß Kießling. Cassatro. Villenfrasse. Ich finde das lustig ich weiß nicht mehr welche spiel das war. ich glaube, war das FIFA 13 oder 12? Für den PC, da immer wenn da Schneespiele waren, oder war das sogar noch FIFA 09 für die Playstation 2, ich bin gerade nicht so sicher, auf jeden Fall irgendeins von diesen Spielen, ich glaube das war aber schon für den PC, was mache ich denn, ich bin unkonzentriert, da waren immer bei Schneespielen, waren die Haare von den Spielern immer schwarz, also auch wenn er eigentlich blonde Haare hatte, die waren dann einfach, bin ich schwarz ich weiß aber nicht mehr, bei welchem das war, war immer ganz lustig, habe ich mir immer so vorgestellt, weil ich stelle mir ja gerne bei Spielen so den Realismus auch vor, so bei FIFA, deswegen spiele ich auch irgendwie gerne, äh, ja doch, auch bei Ultimate Team denke ich immer irgendwie an, versuche ich das irgendwie immer mit realen Dings in Verbindung zu bringen, warum, weiß ich selber nicht, vielleicht wird es dann spannender ist, verdammt, mein Let's Play ist das ein bisschen anders, weil ich mich da nicht darauf konzentriere, sondern aufs Kommentieren, mehr oder weniger Hashtag Versprecher und jetzt Konterchance über die Kmeier der ist auf Ultimate Team schnell jetzt Lasorgon und jetzt nächste Flanke Möglichkeit auf Elicevic aber der Oh, Freischuss Nice So, von der Fahrt macht La Flanke Drew geht einen Schritt zurück und springt am Kopf, äh, am Kopf vorbei So, komm, den kriegst du den, 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 den ach, verdammt Ja, der kommt natürlich genau an Schnell Janse, oh nein okay abstoß sehr gut adlerus macht abstoßes kommt gut wo es anders okay ach das ist gar nicht lustig ich weiß so zackle die boom zackle die so jetzt diegmeyer was mache ich jetzt was mache ich jetzt was mache ich jetzt ich weiß es nicht wenn ich ehrlich bin ich mache mal den hier und dann mache ich das und der kommt scheiße toll so viel wirbel um einen schlechten flankenball so irgendwie ist ruhe heute nicht so mit kopfbällen in der friendship von der fahrt mit rechts und die nächste ecke für den hamburgersportverein über durch von der fahrt ins strafraum ding gebracht die cewitsch mit dem nachschuss jetzt kommt der möglichkeit für bayern leverkusen aber sehr gut abgefangen von bardell immer noch 3 zu 3 in der verteidigung aber jetzt ist nächste konter möglichkeit für den hsv in der verteidigung und sturm und weißt du wie ich das mache wahrscheinlich nicht egal jetzt versucht gelb ich dachte jetzt ergibt rot das wäre auch lustig gewesen aber das hatte ich noch nicht so oft bei pc dings dort lohnt sich nicht den reinzubringen jetzt machen wir jansen von der fahrt und er schießt schon wieder menschen mann 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 oh gott oh gott alter more concentration on the game okay dann machen wir mal den raum zu decken kasse to row oh nein adler raus sehr gut nicht gut das war eine tackle attacke äh tackle attacke pokémon äh oh er nimmt schon wieder den falschen spieler da einfach so jetzt fahnd fahrt wie ist die chance was die chance beginnen die fähig zu kippen sprechen wir wieder deutsch in einem deutschen netzplay mutter plüff macht schon halb youtube ja das ist richtig warum hast du warum auch das kreis hashtag spaß das war knapp okay van der fahrt und blass sogar verliert den ball toll sehr gut so ringkorn chalanuklu ist im arsch muss ihn auswechseln ich wechsle in spielen aber nie aus hab ich auch schon mal glaube ich erzählt weil das ihn für mich so den spielfluss irgendwie rausnimmt ich wollte gerade sagen entfernt aber weder rausnimmt noch entfernt ist eben das richtige wort dafür aber was soll's so äh irgendjemand verkackt äh freistoß für uns gut das wie gesagt ist es auch nicht so häufig da die jetzt eh schon mal den spielfluss unterbrochen haben mach ich doch auch mal so van der feld kommt raus dann kommen noch ringkorn raus für äh den den und dann können wir noch und da ist hier der schauer nur gloria und der kommt raus für die meister so und spiel vorsitzenden hier kommen noch mal der wechsel wechsel fertig das haben wir noch mal ein paar frische die beiß da macht schon leicht was den ersten fehler guck mal was ich kann war nicht so cool wie ich dachte und das war ziemlich dämlich okay den hat Adler oh ist das schon neunzigste werden gleich gewonnen schneller abschluss nach vorne vielleicht mal irgendwas cooles nein das wär's gewesen aber 1 0 gewonnen alles okay hatten wir noch mal ne schöne chance zu Ende zu Ende zum Ende hin oh puh mit Glück da hat man gerade mal gesehen wo er ihn einfach an die Schulter schießt und hier der Kopfball und dann da mit dem Fuß und hat er ihn leider leider daneben und hier nochmal das wunderbare 1 0 siehst ich es World Class siehst ich es Messi Class ja weniger aber da tut ja nichts zur Sache gewonnen ist gewonnen so hier sind wir noch mal ein paar Ergebnisse wer die sehen will muss auf Pause drücken so schnell kann ich den nicht vorlesen geschweige denn sie mehr merken letzte Partie Tollgei Arslan also hier Tollgei Arslan ich bin gut in Form danke dass sie mich eingesetzt haben immer wieder gerne mein treuer Freund und Gehilfe was keine Ahnung Pressekonferenz und Vertragsverlängerung finde ich gut so Pressekonferenz Hamburg ah Hannover ist noch ob das jetzt das nächste Spiel ist weiß ich nicht FIFA vertauscht EA bei FIFA wird ja gerne mal was vertauscht sagen wir so dann ist das richtig und dann gucken wir nochmal zum huch gucken wir nochmal zum Ende hin dass das hier auch erfüllt werden kann mein Ziel der 6. Platz wir haben einen Spielrückstand auf den 6. und sind nur 2 Punkte dahinter wenn wir jetzt gewinnen dann sind wir auf dem 6. Platz und wären damit erstmal in der Europa League Qualifikation sollten wir jetzt verlieren und Hoffenheim sollte gewinnen dann ist doof ne guck mal wenn man sich mal unsere Statistik anguckt 10 Siege 5 Niederlagen und 14 Unentschieden 14 Freiburg auch 14 aber die haben nur 2 Siege ne ja also nächstes Mal können wir dann gegen Hannover oder also gegen Hannover können wir dann auf Platz 6 vorstoßen gegen wen Hamburg in Ed spielt weiß ich nicht werdet ihr dann sehen oder ja ja dann würde ich sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal tschüss